Hallöchen Leute, eine weitere Folge von Sam vs. Worlds rausgekommen und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie spannend die Serie weiter noch wird, nachdem dieses ganze Drama mit Joe und Stefan aufhört, weil Stefan ja rausgegangen ist, letzte Folge, aber die erste Folge hier, die jetzt rauskommt, heißt auch schon spannend, erste Nahrung und ganz richtig ist es ja nicht, sie hatten letzte Folge ja schon eine Hummel, aber jetzt anscheinend gibt es dann richtige Nahrung, ich bin auf jeden Fall gespannt, wir gehen direkt rein. Ich erinnere mich an den Tag, du wirst mein Werkzeug sein. Oh, wird Sam vs. Worlds verfilmt? Wer bist du? Zack, Angriff, Alter. Ja, genau. Wir haben zu viele Untertanen, sie muss sie ernähren. Tritts? Ja, das ist Survival, Leute. Das ist Survival. Ja, draußen in der Hängematte da mit Tablet, das ist es. Hör ich an, ihn! Was für eine Serie ist das oder Film mit Petro Pascal, hä? Der Dreh geht weiter. Ja, ja, Moment noch, ist gerade ultraspannend. Wo ist eine Helden? Der ist unter Marcellin im Floor. Das steht für Kalisier im Floor. Freunde, es wird mal wieder Zeit ins Kino zu gehen. Ich gucke hier gerade den Trailer zu Gladiator 2 und der macht auch... Ach, Gladiator, okay. Ich habe gehört, dass es dazu ein neues Video gibt, einen neuen Film, ja. Auf jeden Fall Bock auf mehr. Also, nicht verpassen, Gladiator 2 ab dem 14.11. nur im Kino. Tritts? Ja, ich komme. Okay, jetzt können wir skippen. Intro skippen wir auch wieder. Weil ich glaube, in dem letzten Video in den Kommentaren geschrieben, dass ich ab Folge 10 das Intro gucken kann, glaube ich, hat er gemeint. Folge 10 ist es, glaube ich. Los geht's. Erste Nahrung. Folge 7. Tag 5. Ah ja, stimmt. Letzter Versuch ändert, dass ja ein Briefkasten-Normir-Fugsspruch eingesetzt wurde von Fritz, ja. Ist da die Nahrung drin? Fünfter Tag. Gut geschlafen. Meine Stimme ist ein bisschen weg. Ist ja auch nicht schlimm. Mir geht's gut. Gut geschlafen. Und heute habe ich vor, einen zweiten Shelter so langsam auszubauen, weil wir haben, wie man sieht, am Himmel Wolken. Mhm, ach so. Und diese Wolken könnten... Ja, es war ja angekündigt, dass es gleich ein Gewitter gibt, ja. Auch mehr werden und Wolken können auch Regen spenden. Und dann haben wir ein Problem. Und deswegen... Ich will gucken, vielleicht da vorne, dass man halt etwas baut. Wo, wie ist es so in Not? Von hier. Also die drei, quasi die draußen schlafen. Ja, übelst. Also da drüben. Das weiß ich halt nicht, weil... Eine Schlafmöglichkeit mit Zugedeckung, mit einer Hebung vom Boden. Ach so. Dass wenn das Wasser von unten fließt, dass sich... Stimmt. Die sind ja geschützt vom Regen, durch diese Flügel, vom Flugzeug. Aber von unten, die kann es ja nass werden. Stimmt. Die im Flugzeug, die sind ja geschützt, einigermaßen. Kuschelig, muschelig. Aber die, äh... Die Schlafsäcke trocken bleiben. Die Schlafsäcke müssen trocken bleiben, sonst haben wir ein absolutes Problem. Ansonsten, das Team ist spitze drauf. Gestern ist Stefan gegangen. Seine Entscheidung muss man einfach akzeptieren. Es ist okay, wie es ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir im fünften Tag immer noch mit sechs Leuten hier sind. Und der klare Ziel ist, der klare Ziel ist, alle... Ich find's geil, man muss ja dazu sagen, auch dass Joey halt nicht gebürtig Deutscher ist. Also der ist ja muttersprachlich, ich weiß nicht genau wo, weiß ich, über im Norden, glaube ich, ne? Irisch, Irland oder sowas. Die Camelie-Family ja generell. Und der ist ja, deswegen ist es ja eine primäre, seine Hauptmuttersprache, sag ich mal. Muttersprache so, das heißt, die Artikel fallen natürlich schwer. Das fällt vielen Leuten schwer, Deutsch lernen, weil der, die das ist, macht manchmal nicht so viel Sinn, wie die Leute, wie Sachen bezeichnet werden. Im Englischen gibt's ja nur the, bei uns gibt's ja the, 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 dessen, den, weshalb, wieso, warum. Ihr wisst Bescheid. Sechs. Trotzdem wird immer wieder lachen, wenn es falsch sagt irgendwie, ja. Durchs Willkommen, das ist mein Ziel. Mein Ziel ist, alle so zu unterstützen, dass wir das Ding gemeinsam als Team rocken. Das wäre natürlich bei der vierten Staffel Seven vs. Wild, was ich wirklich, ich glaube, fast garantieren kann, dass es die härteste ist. Also es ist auf jeden Fall viel härter als Kanada. Ob es härter ist als Panama und Schweden, ich glaube schon. Allein der Faktor, nicht sieben, sondern vierzehn Tagen, das ist natürlich doppelt der Zeit. Und vor allem auch die härteren Temperaturen, definitiv. Mit null Essen, das ist auf jeden Fall härter. Und bei der anderen Staffel war ja mehr die Einsamkeit der Fokus. Es gibt keine Diskussion. Eine Woche ist hart, zwei Wochen sind nicht doppelt, sondern halt vom Kopf und Körper gefüllt war vielleicht sogar dreimal so hart. Sieht so geil aus, die Wolken so vorbeiziehen, ist schon geil. Guten Morgen, Tag 5, Leute. Wer hätte das gedacht, dass ich so weit komme? Ich starte mit super guter Laune in den Tag. Ich habe heute hammermäßig geschlafen, das erste Mal richtig warm geschlafen und so halblich geschlafen. Ja, ich habe aber neben mir einen Kandidaten. Oh. Sambrero Hugo. Ja, komm, wir haben beschissen geschlafen. Oh je. Vorhin hat sie gut geschlafen, hinten nicht so gut. Oh je, man sieht es mal direkt an in den Augen. Blut nachlaufen. Ich habe Angst, dass die Erkältung schlimmer geworden ist. Ja, also Leute, ein paar Kranke unter uns. Julia Roberts hat auch ihre Lippen. Julia Roberts. Süße. Ja, man. Also, ich habe tausendmal besser geschlafen, grundsätzlich, weil es viel wärmer war als sonst. Ja. Ich glaube, allen aber, aber Junge, ich hatte Magenkrämpfe des Jahrhunderts heute. Vor allem auch ihre Lippe, es wird immer schlimmer irgendwie gefühlt, das tut mir voll leid. Die kalten Temperaturen sind echt nicht gut zu tun. Und meine Lippe ist halt schon wieder tausendmal schlimmer geworden. Ich sehe so demoliert aus. Sandra, auch das erste, was sie zu mir sagt heute Morgen, Junge, du bist so demoliert. Das will man hören, wenn man aufwacht. Vielen Dank. Ja, du weißt, wir gehen durch gute und die schlechte Zeiten. Ich bin mich allgemein schwach, aber. In ein, zwei Tagen ist besser, oder? Ja, klar. Also, da muss ich jetzt keine Sorgen machen. Das ist jetzt so abgeschlafen. Ja, die Erkältung, ne? Drei Tage kommt's, drei Tage bleibt's, drei Tage geht's. Meinen Tage, dann noch fünf Tage überleben, dann haben sie sich sagen, was solltage über starten, alle. Stumpft, Alter, ich würde sagen, oh, armer Hugo, komm. Nee, natürlich. Und ihr so, als war Tage. Nein, das ist ein, als war, dann geht's weiter. Ja, geht immer aufs Schulterklopfen, dann wird es wieder. Ja, Mann. Nee, jetzt kommt so die sanfte. Hugo, komm, wir schaffen das zu sagen. Weißt du, was ist das? Das hat doch dann auch ein Good-Cop, Bad-Cop, irgendwie, ja. Schlechte Zeiten. Aber Hugo ist doch für mich ein kleiner Junge, den muss man doch so besänftigen. Ja, aber, aber, wir müssen natürlich auch Folgendes beachten, guck mal, es gibt Hunger und es gibt Verhungern. Es gibt Kälte oder Frieren und es gibt Unterkühlen, okay? Und es gibt aber auch Erkältet sein oder einen Infekt haben und ernsthaft krank sein. Und die Sache ist die, wenn Hugo hier draußen genau dasselbe macht, mit Ausnahme vielleicht von einem Schmerzmittel, also du würdest maximal Ibuprofen bekommen, du würdest nichts sonst bekommen. Und wenn du keine Schmerzen hast und kein Fieber hast oder kein ernsthaftes Fieber hast, dann ist es eine ganz normale körperliche Reaktion, die jeder Mensch, der draußen hat, einen Infekt mitschleppt hat. Wir müssen aufpassen, dass er sich nicht verschleppt, also dass es nicht wirklich schlecht geht, aber du machst einen sehr guten Eindruck, du bist aktiv, du bist aufmerksam und natürlich werden wir Rücksicht auf dich nehmen. Du kannst dich schon, du kannst dich hinlegen, du kannst sowas immer machen, aber das ist kein lebensbedrohlicher Zustand, wo ein Abbruch oder was weiß ich für dich Sinn machen würde. Wäre auch kacke, wenn jetzt irgendwie alle jetzt erkältet werden wegen ihm. Aber ich glaube, es waren sogar auch viele erkältet, auch weil sie den Flugzeug angesteckt haben, meine ich auch. Nur ist Hugo's Abwehrsystem halt das Schwächste von allen, deswegen hat er so die krasse Antwort darauf, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde dich sehr ärgern, würdest du dich extrem ärgern, weil dir geht es nicht so schlecht, dann würden wir das auch merken. Okay, deshalb wir leiden mit. Aber wir merken, dass es dir ja auch nicht gut geht, das muss man auch mal sagen. Nein, man sieht es ja auch, guck dich mal Hugo an, der Kerl, der sieht fällig aus, dem Kerl geht es echt nicht gut. Natürlich, natürlich, wir leiden mit, es geht jetzt wirklich nur um die Einschätzung, ist es etwas Ernsthaftes und da würde ich dann eigentlich zum derzeit... Immer der Reiber, wenn jemand... Vor allem, was ist da Hugo oben drin, was ist das hier oben? Was ist das? Ist das irgendwie ein Teletubby, ist das irgendwie Tinky Winky, Lara, Debsi Po, einer von denen oder was, ist das ein Blitzableiter, falls er vom Blitz entschlagen wird, was ist das für ein Ding da oben? Krank ist, ne? Reibt man immer so. Wir kommen erst mal so in Bewegung und dann geht sich, glaube ich, nachher auch schon viel besser, wenn die Sonne... ...einen heißen Tee nehmen. Ja, oder setze ich ins Feuer und trinke... ...einen heißen Tee, ja. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal wieder meinen Tampon wechseln, Mann, Alter. Eine, zwei Stunden ist schon... Der kann es ja zum Auslutschen herbringen, weißt du? Ja, ich gehe ekligen, Alter. Ein bisschen Zink, Digga. Ja, ein bisschen Eisen, so, ja. Ey, Leute, das fackt mich selber so ab, dass ich meine Pariote hier habe, Digga, das ist also... ...an einem ekligeren Ort kann man sich das irgendwie auch nicht vorstellen. Aber ja, man muss da ruhig, ne? Ey, Leute, hier war es so gut, ne? Ey, ich habe das erste Mal geistesgeschlafen. Mir war... Man guckt, Leute, wisst ihr was? Hier, hier vorne drin, da sind Zigaretten, die sie sehnsüchtig sucht. No, ein Sehnsüchtig vergeblich braucht. Aber jetzt gerade geht sie ja gut, erstaunlicherweise. Aber ja. Warm, ich bin topfit. Junge, wenn die Sonne gleich noch... ...schie scheint, Alter, ey, dann könnte sein, dass das der beste Tag meines Lebens ist. Wie das lebt. Ey, das ist... Ne, mir geht's gut. Mir? Ich? Und merkt man aber auch, dass die kleinen Dinge dann auch in so einer Situation einem gute Laune bringen, ne? Während manche Leute sich hier irgendwie beschweren, dass sie diesen euren iPhone nicht kriegen oder der PC gerade hängt und sowas. Ähm, oder einen Pickel auf der linken Wange hier oben haben, freut sie sich halt über solche Sachen. Mit gutem Schlaf und Sonne ist da und so, ne? Man passt sich immer dem aktuellen Standpunkt an und deswegen ist der Punkt der Freude auch immer woanders. So ein Milja, der hat auch andere Grenzen, wo es ihm schlecht geht, wie so ein jemand, der hier draußen survivalt zum Beispiel. Ja, ganz deutlich. 24, Sandy. Mir geht's gerade sehr gut. Ich glaube, ich bin ganz schön krank. Oder ich weiß nicht, ob es krank ist, aber irgendwie kann ich es nicht so richtig beschreiben. Aber so, ich habe mir gerade einen Zopf gemacht und Junge tat das weh. Okay, das war das Anstrengendste, was ich seit langem gemacht habe. Und Laufen und alles ist richtig so, oh, das ist richtig mühsam einfach. Du hast eine Grippe, das sind 100% Grippe. Ich kann ja jetzt, ne, ich fühle mich aber nicht, als hätte ich Grippe. Ja, irgendwie doch schon, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht ist das so, erstes Anzeichen an Unterkühlung. Ne, also mir ist ja nicht kalt. Das ist ja das Ding, ich schlafe ja schon warm jetzt in letzter Nacht. Ja gut, bei einer Unterkühlung ist ja auch ein Faktor, dass man nicht merkt, dass ein Kalt ist, glaube ich. Aber ja, ne, wenn sie sagt, sie hat mal geschlafen, dann passt es ja. War schon warm. Ja. Aber ich, Junge, ja doch, ich fühle mich ein bisschen wie bei einer Grippe. Kennt ihr, wenn ihr so Grippe habt und dann wirklich einfach alles anstrengend ist, ihr so Gliederschmerzen habt und so und selbst aufstehen und Zähne putzen und so, duschen gehen einfach zu anstrengend ist, dass ihr es einfach so eine Woche nicht macht? So, gib zu, immer wenn du Grippe hast, gehst du nicht duschen, oder? Nein, Mann, halt, ob ich da duschen kann. Ja, so fühle ich mich. Ja, das stimmt, das mache ich auch nicht. Ich habe auch keinen Bock drauf. Was ich denke, er machen würde, wenn ich krank bin, in eine Badewanne legen, aber ich bin zu groß, ich passe in genau keine normale Badewanne rein. Das nervt mich so sehr. Ich bin gleich, ich sparte Wasser da durch, aber ich würde so gerne mal wieder fett baden. Tropfen auf der Haut, weh. Alles tut weh und das spüre ich gerade. Ich glaube, bei Hugo ist es auf jeden Fall noch ein bisschen schlimmer. Ich will auch nicht rumheulen. Ich will halt mitarbeiten, weißt du? Ich will genauso viel ackern wie ihr und ich will mir Mühe geben und ich will hier geile Sachen machen. Aber gerade ist echt so richtig heilige Scheiße. Selbst der Gang hier runter jetzt, mir tut alles weh. Und dann werden wir das hier irgendwann sehen, ne? Wir werden die ganze Zeit lachen, wie wir aussehen. Ich schwöre euch, Leute, ich erzähle einfach allen Leuten den ganzen Tag, wenn ich meinen Tampon wechsle. Ne, das ist so ekelhaft eigentlich. Warum? Ist doch nicht normal. Ich muss es aber auch jedem sagen, wenn ich es mache. Ja, das ist vollkommen okay. Irgendwann wird jemand sich als Freiweger melden und den auslutschen. Das ist so eklig. Ich würde es dir wirklich nicht machen, aber ich weiß auch nicht, in einer wirklich ernsthaften Situation, wo man sonst nichts findet, man sonst sterben würde, würde ich es dann machen? Boah, ich glaube, wenn alle dann dabei sind, auch mitmachen, dann würde ich es, glaube ich, tun. Nur um nicht zu sterben. Aber nur dann würde ich es, glaube ich, tun. Sonst lieber nicht. Irgendwann kriegen wir alle so viele Mängel, dass wir nur noch Sandras Tampons lutschen. Aber Leute, ein Lichtblick. Aber ich finde es witzig, dass sie so Humor darüber noch haben. Das finde ich echt geil. Irgendwann hat ja auch gemeint, dass sie und Sandra irgendwie auch hier sehr viele Teammomente geteilt haben, hier beim Putzen sauer machen, sie zusammen sich gewaschen haben und so alles. Ne, das zählt zusammen auch, ne? Und Uwe hat erzählt in der Reaktion von ihm, dass er seine Unterhose nicht gewechselt hat, seitdem er da ist. Und nicht gewaschen hat, immer angelassen hat die ganze Zeit. Auch krass. Die will wahrscheinlich keiner auslutschen. Ist das hier. Und der wird jetzt richtig zelebriert. Junge, Sandra ist einfach die krasseste, ne? Wenn ihr das gerade sehen könntet, ne? Warte, ich mache sie so fein. Alter. Zeig, zeig so, Julia. Die ist einfach so gestört. Die steht hier nackt. Und wäscht sich einfach mit einer eingefrorenen Socke. Guck mal, diese Socke, die hat dann dann. Die zweite Socke benutzt sie gerade. Die ist komplett eingefroren. Und sie so, ja, man, let's wash. Ja, man. Nichts liegt mir gerade ferner, als das zu tun, was du gerade machst. Ich höre. Das ist krank. Ich zeig auch nicht, was du mit meiner Energie hattest. Ja, das ist, was ich gerade sagen wollte, ne? Ich hatte, das kommt nicht mehr vor, deswegen habe ich es gesagt. Aber ich habe es nicht gesehen, ich reagiere gerade zum ersten Mal drauf. Aber ich habe die Reaktion halt gesehen. Und da hat sie es halt gesagt. Also ich habe die Reaktion gesehen zu der Folge 6 und 5. Ich gucke nicht die Reaktion von zukünftigen Folgen. Da gibt ja gar keinen Sinn. Ihr wisst, was ich meine. Heute, ich bin so aufgepumpt. Voll geil. Aber es liegt daran, dass ich einfach mehr Gewicht habe, glaube ich. Meinst du? Ja, ja. Ey, ich merke schon, wenn ich jetzt an meinem Körper so, also wenn ich meinen Bauch anfasse und so, ne? Der ist so schmal geworden einfach in den vier Tagen. Guck mal. Ich habe so abgenommen. Ja, same. Krass. Oh, stimmt. Die Vollgaserste Nahrung. Vielleicht in Joes Schlingenfall endlich ist da was drin. Oh, bitte, dass da was drin sein. Bitte, bitte. Ich will was fangen, was aufschlitzen. Ich will gedärmend Blut sehen. Will ich eigentlich nicht, aber ich fände es spannend, es so zu sehen in dem Format hier. Wir sind jetzt wirklich hier beim Briefkasten und hoffentlich ist da eine Tonaufnahme drin. Hugo rutscht runter, oder was? Was ist los? Ich bin gestolpert. Nein. Hugo ist gestolpert. Hugo ist ein bisschen krank. Er hat keine Power mehr gerade. Mach ganz langsam, Decker. Der Weg zum Briefkasten ist ein halb über halber Kilometer, aber Gebirge, ne? Da muss man echt ganz soft machen, weil sonst ist die Energie den ganzen Tag am Abend. Die übertreibt ein bisschen. Der Laufweg zum Flugzeug vom Briefkasten ist 220 Meter. Also ein halber Kilometer, so ein Viertel davon. Aber es kommt eigentlich auch mehr vor, weil der hat auch bergauf gehen, bergab gehen, ne? Das ist nochmal, das braucht besonders viel Kraft auch nochmal, ja. Ich hoffe, dass was drin ist. Das ist eine Aufmutterung, wie ihr wisst, ne? Ist was drin? Mach auf. Hm? Mach auf. 3. 2. 1. 1. Ja. Oh mein Gott, ja. Yeah. Funkspruch, all gestaltet. Look at that, man. Funkspruch 3. Geil. Geil. Geil-O-Matico, Alter. Was ist da noch drin? Da sind Akkus drin. Akkus. Akkus, ja. Für die Kärten. Batterien. Hammer. Wo sind die alle? Weiß nicht. Geil. Geil. Gucu! 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 Na, wieder hingefallen. Was war das jetzt schon wieder? Ja, ist schon wieder umgefallen. Da fehlt die Kraft und stabilisieren auch, wenn du keine Kraft mehr hast, dann kann der leichte Ausrutscher so viel, dass du hinfällst. Man weiß, dass man sich so abfangen oder sowas. Aber wenn man Kraft nicht hat, dass man sich fallen. Ich kenn das auch. Zieh. Habt ihr eine Kassette? Ja, eine Kassette. Ja, oh mein Gott. Joey, vielleicht kriegen wir heute was Geiles wieder. Rette. Digga, wenn da Zigaretten drin ist, ich fange an zu rauchen. Hä? Ich fange an zu rauchen, wenn da Zigaretten drin ist. Okay, Bruder, ich geb dir Tutorial. Bringt das Kalorien? Nein, Digga. Scheiß drauf. Aber stell den Hunger. Ja? Aber bei mir schon lange nicht mehr, Digga. Wenn die wissen, dass da hinten im Flugzeug, da sind die Zigaretten drin sind, 14 Stück, glaub ich sogar. Das ist Wahnsinn. Wir haben im letzten Fall gesagt, 14 Stück, ja. Ich strauchle, Jungs. Wenn sie es jetzt finden würden, hätte Sandra komplett für sich alleine die, weil ich glaube, Stefan raucht auch noch. Nur die beiden haben geraucht hier. Das heißt, die Kanada jetzt alle alleine hätte sie sich für sich hier, wenn sie es jetzt finden. Außer ich weiß, haben sie die nie gefunden, so wie sie in Reaktion gesagt haben. Okay, warte, wieso muss sie rein? Also so. So muss sie rein, ja. Okay, seid ihr alle bereit? Ich drücke den Knopf, okay? Drück ihn, ja. Sag was. Funkspruch 3, Überraschungsrucksack. Oh. Standort 800 Meter Luftlinie in Richtung Osten vom Flugzeug aus. Laufdistanz, ca. 900 Meter. Alter. Das machen wir. Folgt dem Fluss, ca. 900 Meter. Ja, Hugo macht das, richtig. Hugo macht das. 900 Meter laufen, fast einen Kilometer. Vor allem am halben Meter, gut, hin und zurück sind es ein halber Meter, stimmt. Hin und zurück sind es ein halber Kilometer, meine ich. Ähm, dann das damit nochmal, nochmal laufen. Ja, wenn es Hugo und Hugo geschafft haben, werden sie es eigentlich machen. Dann haben sie letztes Mal auch schon gemacht. Da ist ja Hugo oder sonst wo abgefallen, zurückgefallen. 900 Meter Fluss abwärts. Der Rucksack befindet sich direkt in der Uferregion. Okay, at least. Okay. Nur ein Fluss entlang. Das ist die Entfernung vielleicht halt genauso anstrengend, wie diese Berghochlaufen, wo sie schon mal hingelaufen sind. Weil das Berghoch ist, wie gesagt, anstrengend, auch durchs Gestrüpp und so durch. Am Fluss entlang ist es eigentlich immer recht chillig, weil es immer echt ebenerdig ist, denke ich mal. Naja. Überraschung. Okay, es ist immerhin nicht über tausend Berge. Überraschung. Es ist immerhin nicht über tausend Berge, oder? Es ist ja quasi Richtung Werkzeugkasten, bloß nicht in die Mündung rein, sondern weiter, ne? Ja. Richtig? Einfach geradeaus. Also hier runter und einfach geradeaus. Nicht, dass man zu wenig oder zu weit läuft. 900 Meter sind ziemlich weit. Ey, Julia, sollen wir mitlaufen? 9,5 Meter ist richtig weit. Ja, stimmt. Vor allem bei der Aussage gibt es auch keine genaue Anhaltspunkte. Der sagt nur Uferregion, 900 Meter. Das heißt, die müssten ja irgendwie genau tracken, wann 100 Meter vorbei sind, um dann den Überraschungsrucksack zu finden. Quasi. Wenn sie sich jetzt dran vorbeilaufen oder so oder forschen suchen, dann denken sie wird uns nicht oder so. Oder forschen, zu viel suchen. Kann ja auch passieren. Das ist wieder schon schwierig. Außerdem bin ich wirklich sehr, sehr offensichtlich ans Ufer gehängt, ja. Das man auf jeden Fall nicht übersehen kann. Auf keinen Fall. Bleib dir da. Ich muss die Schlingentour machen. Dann geht Uwe. Ich geh los. Rucksack los. Ich geh mit. Du schonst dich, würde ich sagen. Ja, aber das ist, ne, 900 Meter, äh, 900. Fast ein Kilometer. Juckst, ich geh mit. Nee, nee. Ich geh mit. Okay. Ja? Uwe geht mit. Crazy. Ich hätte gesagt, Uwe und Joey gehen da jetzt lang. Uwe, geh mit. Ich geh mit. Okay. Ja, Uwe will das. Ich dachte, Überraschung, ich bin dabei. Ja? Geil. Ich geh mit. Ich geh mit. Ich geh mit. Ich geh mit. Alles für Content. Let's go. Das klingt ganz, als hätte jeder da ein Stück, was er richtig gerne mag, drin. Das Ding ist auch, also wenn wir wieder da sind, es lockt. Ist dann drauf, auf Zigaretten, ne, ja, ja. Ein halber Tag rum, so gefühlt, ne? Ja. Ich geh mit. Okay. Wenn ich umfall, trag mich einfach. Geil. Ja, ha, ha, ha. Uwe freut sich, ihn tragen zu müssen dann. Ja, aber bevor wir gehen, noch einmal wieder schreien, Leute. Ja, ich war klar. Hört gut zum Schreien, kommt. Können wir bitte Gommelmode schreien? Was für ein Ding? Was? Gommelmode. Das heißt, was gut ist. Was heißt denn Gommelmode? Das heißt, dass man... Aion steht, ich dachte, es kommt eine Erklärung, wer jetzt Gommelmode heißt. Habe ich schon drauf, die Gruppe hat sich in den letzten Tagen darauf eingeschworen, jeden Morgen eine Art Befreiungsschrei durchzuführen. Okay, ich dachte jetzt, Gommelmode ist wenn... Power hat's. Man kriegt halt Power, wenn man das macht. Echt? Ja. Gommelmode. Woher kommt das denn? Streamer-Sprache hier? Wenn der Gommelmode angeht. Zieh dich daneben, wenn der Gommelmode angeht. Nee, das kenne ich gar nicht. Null. Zero. Ja, komm, wir schreien das. Komm, wenn Hu das will. Wenn er dafür morgen wieder gesund ist. Wie? Gommelmode. 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 Gommelmode, ich liebe dich. Was ist Gomme? Was ist Gomme? Julia, ey, wirklich geil. Welten treiben aufeinander gerade, finde ich geil. Hugo verbindet alle, Generation irgendwie. Kein keiner von euch Gomme? Nein, Mann. Gomme, HD, noch nie gehört? Doch. Aber weiß ich, was das ist. Ja, das ist crazy. Smike für YouTuber. Ja, ich müsste es doch über Rebi wissen. Oder stimmt, wieso soll es über Rebi... Wieso komme ich auf Rebi gerade? Weiß ich nicht. Aber die haben schon oft zusammen gestreamt. Also, vielleicht haben sie auch irgendwie so geschäftlich Kontakt. Und dann, Rebi spielt auch für Minecraft. Also, Rebi ist durch Minecraft bekannt geworden. Also, können sie es durch Rebi vielleicht wissen. So, vielleicht. Weiter geht's. Ah. Power and Energy is full da jetzt. We are focused on the day today. Five days. We are on the fifth day. We are focused. Ah, ihr hättet mein Ohl, Alter. Wir haben ja eine Packung Erdnüsse bekommen. Und die essen wir, wenn es jemandem schlecht geht. Und heute haben Julia und Hugo am schlechtesten. Und deswegen verteile ich als Mother of the Day fünf Erdnüsse. Drei oder drei. Willst du schon mal drei einpacken, Hugo? Hier sind da echt drin. Ja. Okay, sind schon wenig, glaube ich. Aber was ist in Ordnung? Wir sind schon bei Tag fünf. Oh, yo. Oh, ich nehme an. 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 Alles gut. Guck mal, guck mal, siehst du das? Boah, geil. Oh, ja. Nein, 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 nein. Digga, du weißt, ich will hier auf Date gehen. Ja, ich wundere, wenn du eine Erdnuss nimmst. Digga, dann ess ich gar so packungen geheimlich, Alter. Dann hast du nämlich alle, Digga. Dann schaust du höchstwahrscheinlich die 14 Tage. Ja. Dann hast du noch mehr abgelaufen. Julia? Julia, please show me your hands. Du kriegst jetzt die Erdnuss, ob du willst oder nicht. Julia, sonst nicht im Rauch. Ich will Feuer machen jetzt hier. Julia will Feuer machen. Ich will jetzt hier Feuer machen. Schaffst du den Phoenix aus der Asche? Heute, so heißt die Taktik. Glaube heute nicht. Nee, du musst noch in der Rand und von der Seite fuß. Ja, ich weiß. Aber ich komm nicht da runter, Junge. Warte, ich mach. Ich bin ein Wrack, Alter. Was ist das? Ja, das kommt dann. Scheiße! Nimm jetzt die Erdnuss. Mann. Ich glaube, das Feuer anstreien bringt nicht zu viel. Oh, er schafft. So. Oh, yeah. Da ist er wieder. Geil, Mann, danke. Bitte, bitte. So, schönen Tee erwärmen und dann gehe ich gleich los. Oh, ich freue mich. Das ist so geil. Weil man hat eine Aufgabe. Wir Menschen brauchen Aufgaben. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Moment kommt, Leute. Aber ich esse jetzt wirklich Erdnüsse. Geh rein da. Oh mein Gott, schmeckt das krass. Alter, ist das heftig. Ich glaube, da sind gezuckerte Erdnüsse. Gezuckert? Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Alter, ist das gerade le... Ich kenne Gesalzene. Ah, nee, die haben doch geschrieben. Das sind Honey, Honey, Blablablabla Nüsse. Die sind Honig umwickelt, glaube ich. Lebenserweiternd. Ich sehe gerade Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Oh, das ist eine andere Sache auf den Erdnüssen drauf, glaube ich. Ich auch nicht. Das kann irgendwas sein. Oh mein Gott, Hugo hat ja Todesrecht mit Mumie, ey. Und what the fuck? Ich lüg' ja nicht. Du siehst aber auch aus wie eine Mumie. Ich sehe auch so aus wie die Mumie. Wie geht's euch jetzt? Ich hab nur nix gegessen. Julia, du? Einfach mal schön mal wieder was zu zerkauen, ne? Das war gerade krass. Ja, das ist schön. Das ist gut, Julia. Ja, danke. Und morgen bist du wieder fit. Hugo und ich machen uns jetzt auf den Weg. Weil letztens war das ja ein Koffer. Da war ja auch so ein bisschen Reisemäßiges drinne. Ein paar Klamotten. Letztens war es ein Werkzeugkaff. Die letzte Luft, der letzte Atem aus ihm entfleucht hier gerade. Da war klar dann Werkzeug drinne. Jetzt ist es ein Rucksack. Was hat man denn im Rucksack so drinne? Also es wird ja wahrscheinlich so ein... Ein Überraschungsrucksack. Okay, Überraschungsrucksack. Das ist jetzt nicht so ein Survivor-Rucksack oder so, ne? Für mich ist Überraschung, jeder kriegt etwas, was er mag. Mhm. Das sind nur Steine. Geilste wäre, wenn Hugo jetzt irgendwie so ein Minecraft-Spiel bekommt. Oder so ein Gutschein-Code für... Für Minecraft! Für den Storm! Das wäre so geil! Die man aufwärmen kann, oder was? Okay, check. Oder so ein V-Bugs oder sowas. Nein! Gucken wir mal ab. Wir sind gespannt, auf welcher Uferseite wird dann der Rucksack sein? Links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Hier muss man sich schon durchquillen. Was ist, wenn wir sagen, einer geht rüber und der andere auf der anderen Seite? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, was machen wir? Ja. Aber wie komme ich denn da jetzt erstmal hin, Alter? Ich glaube, du musst halt da hoch und dann wieder runter. Ja, ich glaube, man kann sich da schon durchschlingeln. Ich glaube, das geht. Ja? Ja. Ich gehe dann da rüber, dann wieder da, dann da rüber und so. Ich gehe dann da. Schaffst du es da rüber? Ja. Ich gehe dann schwimmen, du Falz. Wir splitten uns jetzt. Wir splitten uns jetzt. Schon wieder. Und dann liege ich wieder tot da. Ja, ich tot. Mach jetzt nicht diesen. Ja. Die wollen nicht lernen, das sind Fehlern, ne? Ja. Du musst deine Retanus. Das schaffen wir, Mann. Ja, ich muss halt da rüber jetzt irgendwie. Ich glaube am besten, weiß nicht, ob von da besser ist. Kann sein. Oder ich gehe einfach durchs Wasser. Auf No-Fuck-Basis. Ach, der ist schon ekelhaft. Fuck. Okay, die Frage ist, wenn wir uns nicht splitten, dann muss halt einer allerhöchstens kurz mit barfuß rüber. Ich habe es schon mal gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir könnten auch auf eine Seite. Glaub mal noch mal so den Spaß-Effekt mit der Kälte am Ende. Den Spaß-Effekt, ja. Schlinge fallen, Joey. Der sägt wieder, wirklich. Der Mann ist ein Macher. Der muss machen. Ich baue jetzt eine neue Schutzhütte. Mhm. Falls der Regen hier kommen sollte. Für drei Leute. Weil drei passen ganz gut. Im Flug. Und jetzt brauchen wir für uns drei Jungs draußen. Auf. Er ist ein Energiesparmodus. Er, er, ähm, kann nur noch Flug sagen. Hier Flugzeuge. Wir wissen alle, was gemeint ist. Das Zeug hat er sich gespart. Ja. Energiesparend. Not. Unterkunft. Ja. Und der Kunde hat er sich Tee gespart, ne. Auch. Energiesparend. Oh. Oh. Ja. Okay. Geil. Oh. Oh, bolla. Du bist ausgerutscht. Ich glaube wir müssen doch den Fluss überqueren. Wir haben das Safe schon voll gerade verpasst. Nein. Ist jetzt doch, meinst du? also wäre es doch die kurve gewesen. 900 meter luftlinie dicker. schon fast kilometer. ja gut, luftlinie kann andere sachen heißen. also wenn der fluss ja kurven macht, aber die haben ja gesagt in ufernähe, das heißt die müssen schon trotzdem fluss entlang laufen. das heißt es könnte sogar noch länger sein. wenn wirklich dem fluss durchgehend folgen, dann war der fluss ja diese wiegungen und die luftlinie ist ja gerade durch. das heißt die strecke um fluss herum ist länger. hier ist so gefühlt das ende, weil da kannst du nicht rüber, aber du kannst halt hier voll gut rüber. ja da kann man rüber. ja da müssen wir da hin, komm. scheiße, das wird jetzt ein spaß. da rüber jetzt. oh je. so komplett nass. noch sind sie wasserdicht. noch der. oh, das ist so rutschig, ne? nicht reinfallen. ich glaube der weg ist es nicht. ja wie soll tauben rüber gehen noch? da fällt der oben da drin. ja? ich glaube der weg ist es nicht. welcher weg denn? weiß ich nicht. komm. ich sehe, oh nein. scheiße. scheiße. scheiß drauf. wenn es jemand verkraften kann, dann ist es Uwe. aber was mit Hugo? wenn der nasse physik kriegt, welches so einfach geht. der, glaube ich, eine sauber schon verloren, weil der jetzt einen Anfall gehalten hat. was mache ich jetzt? so wie ich. wie hat der joastin stein weggemacht? muss auf den großen rauf. oder du ziehst die schuhe aus. krutscht der? ja, weiß ich nicht. da hätten sie ja eigentlich easier auch durchs weiter durchlaufen können. wenn die schuhe schon so nass sind. easy ever connect rüberladen. fertig. auch gelöst. sparen sich zeit und nerven auch und fallen nicht rein. schaffst du locker. ja perfekt. ist dein fuß nass? ne. glaub nicht. meiner ja. der linke so n bisschen. aber egal. weiter geht's. let's go. also wenn Hugo nicht gespart hat anscheinend bei den schuhen. wäre auch schlimmer gewesen, wenn er bei den schuhen aufgespart hätte. irgendwie das wäre nicht so gut. aber das trikot hilft anscheinend. glückmäßig. glückweise. uhr. 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 crazy okay. uhr. 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 du ja. wo ist dieser abgeschissen, der wucksack? uhr. Okay, ich geh jetzt hier einfach rüber und auf Luft, mir ist es so egal mittlerweile. Oh ja, jetzt spür ich die nächste. Wo ist Uwe? Scheiße, gute Socken sind nass. So, gehen wir jetzt hier rüber oder was? Was ist das hier, ist alles nass? Hat sich doch aufgeteilt, oder wie? Oh nein. Guck dir das an. Alter, wie gefährlich. Guckt euch dieses Loch etwas an hier. Oh. Guter. Wenn du da reinfällst, ne? Dann hast du richtig Geburtstag. So. Alter. Scheiße. Ich hab keine Angst, dass er überall wieder ein Loch auftaucht. Du weißt ja nie, ich könnte überall ein Loch sein. Trittst du irgendwo drauf, zack, Bein gebrochen. Bein gebrochen auch noch. Irgendwann am Ufer, komm schon. Was macht Hugo denn da? Hab gesagt, das bringt nix. Digga, da kann man nicht durch. Ja, hä? Hat er das nicht vor schon gesehen? Außer ich kann jetzt noch einen guten Wallrun machen, sonst wird es eher schwierig. Oh, Wallrun. Mach einen Wallrun. Let's go. Jetzt die Auditoris-Stil. Hier. Äh, Prince of Persia mäßig. Let's go. Ich muss durchs Wasser hier, ne? Digga, re-talk, f*** jetzt, Alter. Ich spring jetzt da rein. Nein. Wenn, dann mach nen Köpper. Wenn, dann muss nen Köpper machen, okay? Ja, ich spring jetzt da rein. Digga, re-talk. Ist alles egal. Mit beiden gleich so, oh nee. Warum ist er nicht so mit einem Bein gesprungen und dann direkt weiter? So hat er jetzt beide direkt voll nass gemacht. So ein Messer habe ich auch. Ja, ja. Falls ein Löwe kommt. Genau. Oh, wenn ein Hugo und ein Löwen killt, dann wäre ich ein Löwe hier. Ich glaube, ich sehe ihn. Diesen Rucksack. Da hinten ist er, glaube ich. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich sprinte jetzt hin, Alter. Aber man soll ruhig machen. 100% ist das. Oder? Da ist so ein bisschen Schnee drauf. Da ist ein bisschen Schnee drauf. Da ist ein bisschen Schnee drauf. Oh. Nee. Und wie ich sehe, das ist so ein kleiner Scheiß-Rucksack. Ne, kann aber auch ein Stein sagen. Scheiße. Ja. Irgendwas sagen. So ein Rucksack auf den Boden stellen. Kann ja irgendwie ein Tier auch auffressen oder so. Wenn, dann hängt er an einem Baum wahrscheinlich. Wie alle anderen Pakete Koffer bisher auch. Also wahrscheinlich an einem Baum hängen. Der Rucksack. Ah. Ne. Von wegen ein Rucksack. Hier. Wie steigt ja. Ich dachte, das ist doch ein Rucksack. Das ist doch ein Rucksack. Oh, fuck. Das Laufentrad vorbei. Och, nein. Der ist doch asozial platziert. Was ist das denn? Ich würde ja sagen, Ufernähe. Das ist ja nicht mehr am Ufer. Das ist ja mit dem Wald hier oben schon drin. Wie soll man ihn denn finden? Ist ja asozial. Oh, nein. Ich finde, die Zeit hier bestätigt einfach nur, was für ein tolles Leben ich habe. Und wie dankbar ich jeden Tag dafür sein muss, dass ich das so leben darf. Ähm, ja, das ist irgendwie, das fühlt sich richtig heilsam an. Ganz komisches Gefühl, aber das ist total heilsam für die Seele. Hm. Genauso heilsam wäre natürlich jetzt auch eine Zigarette. Bin ich auch ganz ehrlich. Wird mich auch heilen. Jeden Tag über die Zigaretten. Wirklich. Aber wann ist man dann nicht mehr abhängig? Also wenn es jetzt 14 Tage nicht raucht, hat es noch das Bedürfnis zu rauchen überhaupt? Da fängt es dann direkt an und freut sich auf die Ziggy direkt erst mal. Oder Ziese, wie auch immer sie sagt. Also irgendwann ist es doch auch vorbei, oder? Ja. Ja, ja. Man hat so viele Gedanken, so viele Gedanken um einen selber irgendwie und um die Menschen, die man liebt. Digga, ey, Junge, ganz cringe, ne? Du hast ja so viel Zeit, du denkst, du hast dann nur Zeit für die Gedanken. Das ist einfach, ja, nichts mehr zum Ablenken. Kein Handy mehr, was dich ablenkt, irgendwie Social Media, wo du es flüchten kannst. Nee, du musst dann nachdenken. Du denkst daran nur. Digga, ich vermisse sogar, ich vermisse sogar Leute, die ich gar nicht so mag. Die soll mich mal wieder nerven. Beispielsweise Laser-Luca, ne? Ich mag den gar nicht so gerne, aber der kann mich gerne mal wieder nerven. Cool, dass es noch eingebunden wird. Guck mal, guck mal, du machst es übrig. Ja klar, die arbeiten zusammen, ne? Natürlich mögen sie sich. Wäre sonst froh, wenn sie es nicht machen würden. Wenn ich ihn wollen würde, mögen würden. Aber cool, dass dem auch mal genannt wird hier. Ich glaube, es war gut von nicht gesagt bisher. Ne? Ruße gehen raus, Laser. Äh, ja. Deswegen, äh, so langsam möchte ich wieder mein altes Leben zurück. Aber es ist ja nicht so lang, nicht mehr so lang. Es sind mittlerweile keine zehn zweistelligen Zahlen mehr. Äh, sondern es ist nur noch neun Tage, bis wir, äh, wieder da sind. Und ich check einfach immer noch nicht, dass wir in fucking Neuseeland sind. Also, das fühlt sich für mich an eher wie Schwarzwald-Deutschland. Ja. No joke. Oder wie so Österreich-Schweiz. Aber nicht fucking Neuseeland. Ja, wo ich sagen muss, Österreich und so, Schweiz sieht schon ein bisschen anders aus. Also, ich war ja viel Österreich und das sieht schon von der Landhaften ein Ticken anders aus. Ähm, aber vielleicht nur in den Ecken, wo ich war. Kann auch sein, dass bestimmt Ecken in Österreich gibt, die so ähnlich aussehen wie hier. Weiß ich doch nicht. Kann sein. Jo, der Typ hat Energie einfach. Mit. Wie geht der Typ damals? Wie sieht das aussehen wie hier mal aussehen wie hier? Während den St lại noch in ihren Piloten aufgenommen hat. dort wo stefan sagt wo es wärmer ist theoretisch der falle lager gebaut alleine wägel wenn er ist rucksack findet wenn der es in den wald rein Gebel Rucksack ist und erfinde ihn einfach jetzt, das wärs jetzt. Jetzt waren wir nicht da. Ich geh mal so auf die Höhe, dass ich ihn sehen kann. Oh, der Junge, ne? Dann machen wir das nicht leicht, schon das zweite Mal. Und beim ersten Mal ging's ihm wirklich nicht gut, dann soll's dann beim zweiten Mal sein. So, ich baue mir jetzt hier eine Brücke, weil dann kann ich durch. Ich hab keine Ahnung, wo Flygoo ist, aber ich baue mir jetzt eine Brücke, sonst kann ich hier nicht durch. Wow. Ja, geil. Geile Brücke. Digga, scheiß auf Brücke, Alter, ich geh durch. Jawohl. Jawohl. Hoppala. Oh. Oh ja, jetzt, oh ja. Was ist jetzt los? Jetzt ist mein Fuß nass. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin echt übermütig so ein bisschen. Kommt das mit Fieber oder so? Weiß nicht, das wird ein bisschen wild gerade. Oh ja, Jungs. Ich versuche beide Seiten ein Glück zu haben. Hammer, ich hab ihn gefunden. So krass. Du denkst jedes Mal, fuck, ich bin bestimmt zu weit. Fuck. Fuck. Das f*** dein Kopf. Du kannst hier nicht die Meter abschätzen. Und dieses F-Wort auch absenzieren hier, ne? Das F dein Kopf. Das W... Dein Kopf. Ich dachte mir, nee, 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 komm. Und da hängt dieser scheiß Rucksack. Und dann auch noch in so einer Scheiß-Karki-Farbe, dass man ihn ganz schwer erkennt vom Walten. Ach, da ist er. Seht ihr ihn? Da hängt er. Er hat echt gefunden. Achso. Okay. Doch am Ufer. Ich dachte jetzt wirklich in diesem Wald irgendwo drin noch. Let's f***ing go, man. Entweder riskiere ich das jetzt. Da ist der Rucksack. Ein Fuß rauf, rüberjumpen. Aber es sieht so glitschig aus. Da ist Eis drauf. Da ist Eis drauf. Fuck. Eins, zwei und come on. Oh. Yeah. Da hängt der Übeltäter. Es wär jetzt so geil, wenn's da einfach so ein paar neue Schuhe drin sind. Socken so füllen. Das sind Füße, die man kriegt, wenn man den holen will. Nice. Du warst schon so. Okay. Wir haben ihn gefunden. Wo war er? Da, drauf. Hier. Auf'm Ast. Was ist drin? Hundefutter. Schutzbrillen. Und ne Zwille. Hundefutter. Ja. Ah, nein. Hundefutter. Ne Zwille? Das ist doch so, wo du so machen kannst. Oder? Steinschleudermäßig. Oder so. Oder so schleudern kannst du. Abwerfen. Ist das nicht Zwille? Nicht sicher, aber ich glaube. Digga, was sind das für B****. Es ist wahrlich eine Überraschung. Da geh ich schon so weit und findest dann sowas. Oh, Schlingfalle. Ist das drin? Hey Leute. Kannst du hier kommen? Auf Bausteller. Wie sehen wir jetzt gerade? Digga, ich fühl mich wirklich wie so ein Ur-Mensch, Digga. Aber ein Ur-Mensch... Ur-Mensch hatten keine Segel, ja. Ich weiß, dass es mit einem Smartphone umgehen kann. Also könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, wie ich mich fühle. Ja, jetzt kann man doch treten. Okay, nochmal ein neuer Versuch. Ahahaha. Das klappt nicht so gut. Die wollen alle auf Uwe machen. Der hat einmal angefangen mit dem Treten. Die wollen alle nachmachen. Ich hab mir das so heftig ins Gesicht geschlagen. Oh nein. Ich bin wirklich peinlich. Oh nein. So, wir haben uns jetzt entschieden. Wir gönnen uns einfach dieses Hundefutter. Die einzige Sorge, die so hat, ist, dass sie peinlich ist. Ach man, nee. War doch witzig. War das erstens jetzt? War das erstens jetzt? Wir sind ja genug am Maloche. Da haben wir uns auch Hundefutter verdient. Haha. Wir dreckigen Hunde. Du Hund. Na ja. Aber wer noch zuerst? Mach du zuerst. Oh, der Hundefutter ist halt schon eklig. Wenn es trockenfutter ist, was wahrscheinlich ist. Weil wenn es da rumhängt, dann wird es wahrscheinlich nicht feucht sein. Ähm. Das zieht so sauf... So, so Flüssigkeit aus dem Mund. Das war der Hund so unglaublich trocken. Ich hab's schon mal gegessen. Weil ich war mal auf dem Spazieren mit meinen Eltern und ich hatte so Hunger. Und dann haben wir angefangen, Hundefutter zu fressen, was sie dabei hatten. Also ich und mein Bruder. Und das hat halt... Das nimmt halt direkt den Speichel aus dem Mund. Weil klar, für Hunde ist es praktisch, weil die atmen über den Hund und über den Mund. Und für die ist es halt praktischer, wenn der Speichel weggeht. Weil die ja so viel davon produzieren. Ich find's vielleicht sogar angenehm. Aber als Mensch ist das so ekliges Gefühl, weil es so trocken ist. Und so blablabla. Machi, Zäh. Schmeckt auch scheiße. Also es ist gar nicht geil. Also ich weiß nicht, ob die das Hundefutter getestet haben. Dass vielleicht auch Menschen gut schmecken, gut vertragen können. Aber essen will ich es in dem Fall auf jeden Fall nicht. Da wär ich raus. Aus Erfahrung wäre ich da jetzt schon raus. Und? Hat was. Riecht doch Schokolade. Was? Schokolade ist Hunde aber giftig. Ich glaub nicht, dass das da drin ist. Alter, ist das räumig. Und? So ein Mix zwischen, oh endlich. Und so ein Mix zwischen, was mach ich hier eigentlich. Oh wie schwecks. Kann man kaum. Also es hat was von Schokolade ein bisschen. Ja? Echt? Ja, aber es ist ja Fake Schokolade dann, oder? Weil die Hunde dürfen ja keine Schokolade essen. Digga. Kann man das wirklich essen? Mach ich doch gar nicht. Schokolade. Ja ich muss sagen. Und man gewöhnt sich dran. Mach mal. Digga. Ich bin ein Pussi. Ich machs jetzt. Ja Kau. Ja einfach schon. Ja und zwei, dritten Markiet. Ich mach nicht diesen Digga. Also Mineralien drin. Hier die Zutaten. Weizenmehl, Lammfleisch und Knochenmehl. Oh, Weizenmehl wär ich schon draus. Fluktoseintoleranz. Laktoseintoleranz eher schlecht, wie ich sagen. Saccharose ist der Zucker. Zuckerersatz. Rinderfett, Geschmackserstärker, Vitamine, Minereien, Gerstenmalz, Salz, Emulgatoren, Antioxidantien, Konservierungsmittel. Also genau das drin, was bei den meisten gesünderen Sachen drauf steht. Ohne Geschmackserstärker, ohne Konservierungsstoffe. Hier ist alles drin. Sogar Emulgatoren, was diese E-Stoffe sind, was nicht so geil ist. Saccharose, also ich mein, kein Zucker. Ich mein, das ist zuckerfrei. Ist die Saccharose drin? Und Antioxidantien sind auch wichtig, so, für den Körper. Also Salz war ihm auch gut. Mineralien, Vitamine, wichtig. Ähm. Ja, ist eigentlich drin, was man für einen Notfall eigentlich essen kann, ne? Nur, wie er schon mal ganz sicher ist, ist natürlich entscheidend. Aber Oko sieht nicht so aus, als wir das grad genießen. Auf jeden Fall nicht. Ahahaha, ne. Ahahaha, ne. Ahahaha. Wie er guckt. Ne, der genießt auf jeden Fall nicht grade. Ja, ich muss sagen, besser als nix. Boah. Ja, vom Geschmack her, das ist eigentlich wirklich. Aber ich hab auch selber ne Hund, ich weiß immer wieder. Rang, 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 Rang. Digger. Nein, ich mach nicht mal. Rang, Rang, Rang. Das ist scheiße. Ah. Genauso hab ich auch reagiert damals. Genauso hab ich auch reagiert, als ich erstmal davon gegessen hab. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr ekelig. Ah. Guck. 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 Also ich könnte jetzt noch eins essen, ne? So wie es ist. Ja, aber guck mal, du bist ein Mann, okay? Guck. Wie alt bist du? 37. 37. Du hast alles gesehen auf der Welt. Ich bin doch nicht immer Wippler. Das ist Hundemutter. Guck. 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 Echt wie so eine kleine Mahlzeit, Alter. Geil. Mach dir jetzt. Guck. Hugo, nicht unterschreiben, glaube ich. Das würde ich nicht unterschreiben. Guck zu, dann gib jetzt der Crew. Mal gucken, wer davon ist. Mal gucken, wer sich traut. hat denn jetzt locker. Da hätte ich bestimmt ausrechnen können, wie lange die gebraucht haben, drüber zu laufen. Aber ich habe vorhin angekündigt, dass sie einen halben Tag brauchen. Oh mein Gott! Die Männer sind zurück! Halleluja! Ja, die freuen sich jetzt über Hundefutter, ja. Die verlorenen Männer. Oh mein Gott. Was aber auch krass wäre, ist wenn die jetzt einen Unfall gehabt hätten und dann Code Yellow gemacht hätte oder Red, dann hätten sie den Helikopter gesehen, dann würden sie den Helikopter sehen und denken, oh Gott, was passiert und so. Das wäre auch irgendwie ein krasses Szenario, was passieren könnte noch, theoretisch. Seid ihr noch am Leben? Gerade soeben aber, oder? Scheiße. Uwe, werd ich mich freuen. Der grinst. Ich sag mal so. Sie denkt, sie kriegt Zigaretten jetzt, ne? Man denkt erstmal, aber... Ja, ist wieder so ein Quatschkoffer. Ja, ist ein Quatschkoffer. Boah, Leute! Ich bin aufgeregt. Also ich glaube, das ist für Joe interessant oder allgemein eine Zwille. Vielleicht kannst du damit was packen und jagen. Können wir schon, ja. Die kippt ja halt relativ wenig. Warum auch immer Carmo-Schminke? Aha. Boah, die klatsch ich mir sofort ins Gesicht. Ja! Dann noch für die Zwille zum Gummi. Warte mal, wo ich noch nicht reingeguckt hab bei dir. Jetzt wird überraschend. Oh! Warte, Zigaretten sind im Flugzeug. Kippen. Ey, wenn da Kippen kommen würden, das wär krass. Digga, die können wir doch nicht ernten. Ja, und stets. Zu Erinnerung, Zigaretten waren vor Beginn am Flugzeug versteckt, wurden allerdings nicht gefunden. Ja. Ein Aschenbecher geben, ohne Ding. So, jetzt. Das wär krass. Ist da aber noch extra Becher drin? Ja, komm, komm, komm. Komplett durchgucken. So, haben wir ne Packung Hundefutter. Hundefutter? Fürs Jagen vielleicht, weiß ich nicht. Ich muss gestehen, Hugo und ich. Ich hab drei Stück gegessen, Hugo zwei, weil sonst wären wir am Arsch gewesen. Hugo hat sogar schon zwei gegessen, aber das ist gar nicht geschmeckt. Perfekt. Ich muss sagen, es schmeckt nicht schlecht. Echt? Also, es geht, ja, ja. Vom Geschmack her geht es wirklich, aber das ist halt Hundefutter. Vom Geschmack her sagt er, jetzt geht's wirklich. Obwohl er auch vorher halb verreckt ist. Ach ja. Kotz. Also, mich ändert das nach Schokolade. Du wirst noch genug Diät machen. Also, jeder kann sich ruhig mal einen nehmen. Oder mehrere. Dann, weil die Augen ja immer so wehgetan haben, habe ich ein paar Schutzpillen besorgt. Ich bin zum Lagerfeuer. Ja, Hammer. Kein Rauch mehr im Auge. Boah, aber irgendwie chillig. Was zur Hölle ist das denn, ey? Es ist halt wirklich wieder nur so ein fucking Spaßkoffer. Und hier ist der Stuhl. Geh ich von raus aus, dass er soll. Der Stuhl? Perfekt für Joey. Ja, ansonsten war es das, glaube ich. Da kann man noch mal hier in jede Ecke reingucken, so, falls ich was übersehen habe oder so. Hundeaschen, das sind Hunde, Alter. Ja, das ist wirklich todesassozial. Könnt ihr mir einen fucking Aschenbecher schicken ohne eine Zigarette, Alter? Junge, war die nicht todesfreudig? Schmeckt. Also, ich fand die voll in Ordnung. Um Geschwacker geht's, aber es ist halt Hundefutter. Also, im Kopf ist Hundefutter. Können wir wahrscheinlich zum Jagen verrennen. Aber die Zwille nachts mal durch den Wald stiefeln und schauen, ob man Fottung findet und die runterschießen. Aber das ist auch nicht ganz so einfach. Also, sehr realistisch ist das Ganze nicht, leider. Naja. Weil ich vertraue eher auf die Schlingeln. Schlingeln, guck mal nach. Was drin? War nix drin? War nix drin? War nix drin. Aber eine ist weggerissen. Ich hab die nicht mehr gefunden. Ich habe zwei Kilometer gelaufen. Das ist schon böse. Die Zwille prinzipiell möglicherweise, um, ähm, wenn ihr die kleinen Vögel jagen wollt. Nee. Oder kann man damit Fische anlocken? Irgendwie futtermäßig. Das müssen wir ausprobieren. Je nachdem, wie weich das ist, können wir die alles als Föder verwenden. Ich bin jetzt dafür. Ich bin jetzt dafür, dass ihr beide mal das Hundefutter probiert. Nooo. Ach, Julia. Ach, Julia. Ich bin jetzt dafür, dass ihr beide mal das Hundefutter probiert. Alles für den Content. Let's go. Es kann ein geiler Snack sein oder ihr denkt, hm, ich fand das voll in Ordnung. Ja, komm. Willst du da auch was bezogen? Für den Film. Das ist doch ekelhaft. Das ist doch alles nur Fleisch, oder? Nee, das ist kein Fleisch. Das ist eine tierische Nebenerzeugnisse. Also das, was übrig bleibt vom Fleisch. Und naja, ich rede nicht weiter. Also Lammfleisch war drin, oder? Ist das nicht dabei? Nicht sicher. Ich glaube schon. Im Endeffekt ist das Restbestände. Ich denke, an der Currywurst sind auch noch Restbestände. Ich leck da dran. Ja! Kannst ruhig kauen, sonst bringt uns nichts. Das riecht nach Zucker. Schmeckt nach Zucker. Das schmeckt wie so Pulver von so Rahmenpackungen. Weißt du was? Ja, das kann man mit Sicherheit zum Ködern verwenden. Aber nicht für Fische. Ja, nee. Dann hier. Ja, Leute. Warum hab ich jetzt gern gesehen, wie es ist? Schade. Da ess ich lieber gar nichts. Echt? Ja, irgendwie schon. Wolltest du lieber am Ende des Tages verhungern? Nee, verhungern nicht. Aber jetzt gerade, ich hab vier Erdnüsse intus. Das reicht mir für den Tag. So, alle sind begeistert. Ja, geht so. Ich bin richtig enttäuscht. Also es war eher so ein Verarschungsrucksack wieder. Das Geile ist der Stuhl. Okay, man kann sich jetzt mal hinsetzen mit einem trockenen Arsch. Die Zwille ist ganz cool, vielleicht zum Rumspielen nebenbei. Ja, die Vögel runterholen. Genau. Ja, das ist das Einzige, was es hier gibt. Ja. Ich würde vorschlagen, Uwe hält Fritz fest. Und jeder darf einen Barthaar zupfen. Für jeden Tag, für jeden scheiß Rucksack oder für jeden scheiß Koffer kriegt er einen Barthaar. Nee, also schon alleine für die Kälte kriegt er einen Barthaar ab. Ja, das ist der Stuhl. Ja, das ist krass. Was ist das denn? Das ist der Stuhl. Ja, das ist ein Hocker halt. Ja, das kenne ich auch. Habe ich früher beim Schwimmen immer benutzt. Also beim Schwimmen denke ich euch, was jetzt geht ab. Aber ich war Leistungsschwimmer und hatte mal oft Wettkämpfe. Ich hatte zwar alle drei Wochen oder so einen Wettkampf am Wochenende zur Schulzeit. Und dann ist man am Wochenende halt immer da hingefahren, hab mal am Beckenrand viel gechillt, weil bis dann ein Run dran ist, bis du dran bist, musst halt warten. Und hab mal gequatscht und hat mich dann irgendwo, wenn es halt nicht irgendwas zum Sitzen gab, hast du jetzt noch keiner auf den Boden gestellt, das ist hingesetzt drauf. So genau die gleichheit hatte ich glaube ich sogar auch. Habe ich sogar noch irgendwo hier drin. Das war eigentlich ganz chillig so. Also, ne? Oh mein Gott, da passt auch keiner unserer ersten. Aber ist halt auch zum Campen gedacht eigentlich, ne? Muss man dazu sagen. Ja, logisch. Ja. Gefahr. Ganz sparsam, das Ding. Ja. Endlich mal wieder sitzen. Boah, ist schon geil. Boah, ist schon geil, ja doch. Aber dafür zwei Kilometer gestratzt, Alter, durch sonst was ist echt schon mies, sage ich euch ganz ehrlich. Danke, dass ihr einen Aschenbecher mitbringt, ihr Hunde. Wo sind die Zigaretten? Das ist ja so ein Trigger. Im Flugzeug. Für mich. Das ist genauso wie, stell dir mal vor, die bringen euch ... Nee, für mich dann ja auch. Die bringen ne Keksdose und da ist nichts drin. Das ist schon asozial. Ja, für dich ja auch. Du willst ja auch die Kekse essen, so. Leute, hier wird jetzt Fit Check von Uwe gemacht. Gucken, ob da schon ein bisschen was verloren gegangen ist. Zieh dich mal aus, kleine Maus. Ich hab hier in Singapur, hab ich mich auch noch mal vom Spiegel gefilmt, wo ich duschen gegangen bin. Mhm. Komm, lass uns mal, ich will die Sonne hin. Ja, das ist wenigstens auch so ein bisschen guten Schatten, wie der Flirt. Jede Mädchen direkt ist da rumgegangen, so rumfliegen. Und gucken wollen. Da ist so einer, wo das leckt. Könnt ihr bitte so sexy Musik hinterlegen? Echt krass. Du hast auf jeden Fall schon roten Ausschlag? Mhm. War der vorher auch schon da? Nee, der kommt. Also nicht, ich hab ihn noch nie so doll gehabt. Mhm. Mhm. Interessant. Ja, aber immer, wenn die Haare so ... Und die Brust, wenn du so ranfasst, fühlt es sich anders an? Darf ich auch mal nennen? Ist weniger? Ja, aber trotzdem noch ... Ja, reingeschissen. Komm, jetzt einfach rein. Egal, alles fürs Überleben. Ja. Okay, also ich glaube, beschweren kann der Mann sich trotzdem nicht. Check, Rücken check. Mal ganz kurz, da kann ich das sehen. Ja. Machen wir mal so. Ist noch ein bisschen was da? Ja. Ein kleines bisschen. Okay. Nicht viel, aber ... Ja, so. Ein bisschen. Guck mal hier aus. Uh, denkst du, war sein Fit check danach? Oh, ich kann nicht gucken. Einmal noch mal hier. Jetzt genießt du aber, ne? Ich will das für mich nachher selber sehen. Was sagt die Fresse mit Bart und so? Haare? Ja, irgendwie warst du gestern brauner. Ja? Bist du wieder weiß. Dann leg ich mich jetzt hier hin. Was hast du da? Was ist das? Kampfsportler. Ah, Kampfsportler. Das war ich quasi mit so einem Kick. Und hier steht Flangen. Ja. Süß. Ja. Das habe ich ... Boah, hier bin ich voll. Ja, das ist ziemlich lange her, wo es tätowiert hat. Ne? Das sieht ein bisschen schon verwaschen aus. Wann war das? 2010, glaube ich. Hm. Das sieht doch aus. Boah. Spaß. Deine Grube Maschine. Ab in die Sonne. Eigentlich müssen wir alle mal in den See springen. Fluss. Ja. Schon krass. Und wie riecht's? Darf ich mal riechen, Bonne? Ich will's ja mal riechen. Sandra, darf ich mal riechen? Oh Mann. Wirklich riechen? Ich glaub ich nicht. Ich riech's von hier, das reicht. Echt? Nein. Oh ja. Oh ja. Im Haus liegt einfach in der Schweiß, ja. Ja? Ja. Aber ist doch auch nett mal was anderes zu riechen, als das, was wir die ganze Zeit riechen. Die haben exakt denselben Schweißgeruch, Digga. Guck mal, hier sind Streifen drin. Uwe und Sandra sind Schweißbrüder. Ich leg ihn jetzt hier in den Kosmos an. Der Schatten, der langsam aber sicher Richtung Flugzeug kriegt, wenn's angekommen ist, bin ich mal kurz unterwegs zum täglichen Sitzbad, um ein bisschen frisch zu werden. Ist gar nicht so unwichtig, weil man ständig verschwitzt und keine Möglichkeit hat, sich zu waschen oder zu duschen, dann kann man sich auch infizieren oder kann's einem auch nicht ganz so gut gehen, wenn man sich was aufscheuert und deshalb einmal am Tag waschen. Ich nutze den Weg und die Zeit, um Hagebutten mitzunehmen, zu sammeln. Und alles, was... Ein Rucksack, Rucksack ist ja auch praktisch zum mitnehmen, transportieren, ja. Alles wertvoll, genug erscheint mitgenommen zu werden, werde ich auch mitnehmen. Hier haben wir aber schöne Fahne. Vielleicht sollte ich sie auch mal ausgraben. Da sind noch ein paar Junge noch einigermaßen... Ne, die sind nicht jung, die sind am Abfallen. Ach, die sind abgefroren, shit. Ja, das können wir jetzt sammeln essen. Aber die sind... Die haben es hinter sich. Die sind abgefroren. Ach, das ist ja ärgerlich. Ah ja. Facecam beim Sitzbad bei drei Grad Wassertemperatur. Boah. Ich bin dann auch so kalt, ne. So kalt wahrscheinlich dann. Alter. Ja. Einig ist ziemlich kalt, aber sehr, sehr, sehr kalt. Oh nein. Ah, das ist ja auch so. Ja, hau. Ja. Ja, hau. Ja, hau. Ja, hau. Ah, hau. Ja, hau. Ja, hau. Ah, hier ist außerdem ein Rumpen, da können auch große Fische drin sein. Hab ja auch bis jetzt noch nichts gesehen. Da hab ich nichts ang... Vielleicht werden sie jetzt angelockt von äh, seinem Sitzbad. Biss nicht gerade... Puh, jetzt wehrt mich erst mal ein bisschen auf und dann werde ich weiterlaufen. Es ist gar nicht so unangenehm, grad nackig zu laufen. Herzlich willkommen zu dem krassesten Event des Jahres, liebe Leute. Selfie Sandra gegen Flying Uwe. Auf ins Gesicht? Nein, nicht ins Gesicht. Der Boxkampf des Jahres. Ich weiß zwar nicht warum. Und warum trägt sie eine Brille überhaupt gerade? Aber lasst alle eure Wut gegeneinander aus. Okay, Sandra schwächt jetzt schon. Da gibt es schon den ersten Schrei. Uwe sieht aus, als wäre er ready. Oh, der erste Schlag. Der erste Schlag, der zweite Schlag. Der zweite Schlag von Uwe. Sandra, Sandra. Der Tritt ging daneben. Oh, shit, der auch. Und Uwe trifft wieder. Uwe trifft. Sandra, Sandra, du musst nachziehen. Sandra, so funktioniert das nicht. Du musst auch eine Faust machen, nicht so. Ach so. Ja, Mann. Sandra legt nach. Nicht Deckung fallen lassen, nicht Deckung fallen lassen. Nicht Deckung fallen lassen. Nicht Deckung fallen lassen. Immer schon so machen, ne? Deckung nicht fallen lassen. So. Äh, äh, äh. Ja. Sagt der, der gerade Judo jeweils ein Jahr gemacht hat. Und das vor 20 Jahren bestimmt. Ja, nie, wo offen ist. Der hat Schmerzen. Der hat Schmerzen durch Sandras Schläge. Ja, genau. Ja, Uwe schwächelt. Uwe weiß nicht ganz, wohin. Sandra zieht nach. Ich kann nicht schlagen. Der verteidigt alles. Sandra, Rücken gerade. Und Randa. Der war gar nicht. Egal, ich hab nur jetzt ein Brühe. Das ist unter Futter auf jeden Fall gestärkt, ne? Aber wie kämpft Sandra da? Warum beugt sie sich so nach vorne? Die macht ja so irgendwie. Ah, so Sandra. Ah, oh, oh, oh. Mach ich Faxen. Oh. Alter. Oh. Uwe ist ganz schön ein Stück zurückgegangen. Sandra, du musst dranbleiben. Bleib dran. I'm knock out. Wir als Gals. Wir als Gals. Okay. Haben wir einen Sieger? Ja, ich. Ja, okay. Der Sieger dieses Matches ist ganz klar, Sandra! Digga, man kann ja gar nicht gegen dich schlagen. Wie geht's dir jetzt nach diesem Sieg? Ja, scheiße. Wieso? Du hast gewonnen, Mann. Junge, du hast gewonnen. So, ja dann. Ja, uh. Uwe, wie war diese Niederlage für dich? Oh, man ist noch hammerhart. Ich kann nicht mehr. Es ist alles vorbei. Ich war ganz geil. Ja, da hast du wirklich, da hast du heute ein bisschen reingeschissen, ne? Muss man sagen. Meine Hoffnung. Hugo, wie war der Kampf für dich als Zuschauer? Ich steh jetzt. Maschine! Kampf Nummer zwei. Ey, ich bin dieser Trainer. Mit seinem Adidas-Trikot, ey. War wunderbar. Der Loser wird nochmal abgezogen. Das ist schon wirklich ein hartes Game hier gerade. Ja, hier ist, wir wissen immer, wie sie ist. Ja, hier ist halt... Boah, ja. Auch noch barfuß. Einfach ein harter Typ. Ein harter Mann. Gegen einen anderen. Ja, beide haben ihre Schuhe ja nass gemacht. Die müssen die Schuhe erstmal trocknen, klar. Harten Mann. Aber nicht ganz so hart, weil er hat gegen Sandra verloren. Ja. Okay, sie tasten sich langsam ran. Oh, Hugo! Hugo! Heute Morgen sah Hugo echt noch Tode aus mit seiner Erkältung. Aber mittlerweile wieder topfit. Alter, Hugo, ich dachte nicht, dass du so sportlich bist. Junge, wo kommt die Energie her? Ja, echt so? Ich sag dir, Sandra, wir sollten auch dieses Hundefutter essen. Digga, du könntest sogar gegen Trimaxe hin. Digga, hier geht's runter. Jo. Jetzt wird aber ein bisschen in die Mangel genommen hier. Hugo hat sehr steife Fäuste. Also, wenn der jetzt einmal trifft... Ist das positiv? Steife Fäuste? Nee. Na, scheiße. So unkontrolliert. Ja, bei dir sieht das aber auch relativ unkontrolliert aus, muss ich sagen. Wieso das denn? Ja, weil sie nicht. Also, Hugo hat schon zweimal mehr geschlagen als du. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Es sieht trotzdem schlecht aus für dich. Guck, da hat er wieder getreten. Du wirst unkacksam, Hube. Das ist der Siegesrun von Hugo gerade übrigens. Ja, schon vorbei, oder was? Scheiße, es ist vorbei, Hugo. Sieht echt nicht gut aus, Hube hier, Mann. Ja, wir haben einen Gewinner. You did that. Irgendwann haben wir auf den Arsch getreten. Ja, ist mir scheißegal. Ach so, okay. Ich wollte einfach, dass du verlierst. Okay. Wie geht's dir jetzt dabei? Alles gut. Match beendet. Ja, ich hab jetzt doch entschieden. Dann noch ein bisschen. Die schlagen sich und Joe wäscht sich. Auch geil, irgendwie jetzt das zu sehen. Ja, zuwerfen. Weil das Wetter ist jetzt besser als in den letzten Tagen. Es hat wirklich so um die 10, 15 Grad. Und dann kann ich das halt auch mal nutzen. Oh, 10, 15 Grad ist schon warm. Also 15 Grad sind warm, ja. Unterkühlen werde ich jetzt nicht. Also warm, aber ja. Hier, wir haben ja viel mehr Licht. Ich hätte es wahrscheinlich noch 10 Jahre Sonnenhaar. Da ist ja drüber in einer halben Stunde, Stunde oder sowas schon dunkel wird. Ja, das ist, was der Stefan die ganze Zeit gesagt hat, ne? Dass es da hinten länger warm ist. Ich weiß schon, wenn Stefan auf die Folge reden würde, sagen so, ja, hab ich doch gesagt. Und deshalb ist so ein Ausflug gar nicht so schlecht, um sich die Umgebung anzuschauen. Und so ein bisschen Überblick zu bekommen. Schluss, ich gerade eben stand hier vorne auf dem Hang ein Hirsch. Und ich glaube, das ist auch das Problem hier an unserem Hang. Wir haben so viel Radau gemacht, dass die sich auf die Nachbar hinbezogen haben. Und da war gerade eben abmitten auf der Freizeitort stand ein Einstein-Hirsch. Also ein Kals, glaube ich, war das von der Kirche her. Wir machen da so viel Terz. Aber ich kann tatsächlich von der Energie her nicht weiter weg die Trapline legen. Und die muss ich jeden Tag morgens kontrollieren. Und wenn ich da zwei, drei Kilometer unterwegs bin, dann klappt das energetisch nicht. Deshalb hoffe ich, dass noch wenigen Kirsche im Wald da oben geblieben sind. Wir werden es sehen. Wir haben ja noch einige Tage Zeit, in denen sich die Hirsche bei mir in die Falle verhehren dürfen. What the fuck? Joey! Oh, der Baut! Alter! What the fuck? Wir bauen eine Schutzhütte. Ja, wenn Regen kommt. Wenn es regnen sollte, dann haben wir für uns einen Plan B. Das heißt, wir müssen nicht mit sechs Leuten in diese Hütte. Und das wird nicht funktionieren. Und hier, ich brauche noch ein, zwei Tage. Und dann, äh, zu Not, ganz schnell, mit Planen, zack, innerhalb von einer halben Stunde haben wir hier für drei Leute Schutz. Das heißt, dass es morgen regnen sollte. Wenn es hart regnet, das Problem ist, wir haben ja mit den Flügeln, haben wir ja einen Schutz. Weil ich stehe mal vor, es regnet. Ja. Und dann kriecht das ganze Wasser an den Schlafsäcken und überall, und überall Matsche. Dann haben wir ein Problem. Und wenn die Schlafsäcke nass werden, wir kriegen die nicht getrocknet, es gibt keine Sonne. Dann sind wir ja geliefert. Und das ist nicht so weit weg. Wir haben hier eine gute Stelle, weil wir haben ja die Bäume, die uns vom Wind schützen. Und, ähm, aber hier nicht. Das ist egal. Wenn das Wind von da kommt, wird der E von hier geblockt. Das heißt, wir sind hier erstens nah und zweitens halt quasi, äh, Wind geschützt. Und auch... Wenn Wind von da kommt, wird er von da geblockt? Ja, aber die, das Ding ist ja davor. Hä, bringt nicht viel die Erklärung. Halbwegs ein bisschen auch Regen geschützt. Das ist auch, oben ist natürlich offene Fläche. Da ist natürlich auch mehr los. Und das ist ja... Bestimmt gibt es, sag ich mal, tief im Wald bessere Stellen. Aber hier, Nähe ist auch wichtig. Und da ist das Wasser. Und da ist der Klo. Aber bist du nicht Körperarsch? Es gab Probleme. Ihr habt doch hier acht Kilometer heute gerockt. Ich mach ganz langsam. Und irgendwie... Ich mach auch gleich Schluss, wenn die Sonne weg ist. Dann sofort beim Anziehen. Ja. Also halbe Stunde maximal. Aber kommst du auch, bisschen Lagerfeuer, bisschen reden. Kommt sofort. Sobald die Sonne runter ist. Ich hab 20 Minuten, halbe Stunde. Dann muss ich rein, weil sonst fang ich an zu frieren. Ich bin gleich bei euch. Ja, okay. Zoe, du hast heute wieder so heftig gearbeitet. Wollen wir mal Applaus geben? Nee, nee, nee. Doch, bitte. Dass André jetzt die Brille trägt. No, Rauchschuss. Ja, ich mein, wieso nicht? Applaus. Doch. Du hast heute... Ihr habt alles gemacht. Nein, diese Energie. Ich verstehe das nicht. Ich stehe hier... Ich brauche Beschäftigung. Ja. Ich brauche Beschäftigung. Das ist... Du bist für mich wirklich Vorbild geworden. Wirklich. Zoe, wirklich. Kein Spaß. Oder wie Jan gesagt hat... Sandra, ich bin dein Fan. Ich bin auch wirklich dein Fan. Du musst Wort trägen, Mann. Ich schmerzt, ja. Du hast Power. Sander. 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 Digga, es ist echt... Jeder von euch ist besonders. Wir trinken gerade Brühe. Jeder von uns ist besonders. Jeder von uns ist besonders. Deswegen ist er ja hier, weißt du? Und deswegen sind wir ja hier. Das ist eine geile Gruppe, muss ich sagen. Finde ich auch, ja. Das ist hier die geile Brühe, die uns Joe zubereitet hat. Wieder fette, fette Wurzeln drin. Geil. Wenn man sich ein bisschen die Augen zukneift und ein bisschen guckt, sieht ein bisschen aus wie Hähnchensuppe. So ein bisschen. So ein ganz klein bisschen. Das kann doch was werden. Wie die Sache. Oh, krass. Viel intensiver als gestern. Da ist richtig was drin. Da ist richtig Dampfwender hier. Oh, yeah. Hier ist ein bisschen Kohlenhydraten. Also ein bisschen die Kartoffel sogar. Ein bisschen dünner, aber... Boah, krass. Hier ist Sandra. Vorsicht heiß. Vorsicht heiß. Nicht verschleppend, wie ich heute. Hey Leute, wir haben bald eine Woche geschafft. Wie krank. Boah, schmeckt einfach lecker. Muss ich ehrlich sagen. Danke. Ja, sehr gerne. Und das wärmt gerade so meine Glieder von innen. Schau. Also gerade erfahren, dass die beiden sich hier bei Seven vs. Wild Ende Tag 5 noch nicht einmal geduscht haben. Und ich bin der sauberste. Ich bin der sauberste. Und ich... Ich... Joe einfach jeden Tag alles gewaschen. Ich bring den Jungs morgen erst... Jeden Tag hat er gewaschen. Ach so. Ich hab bisher das erste Mal gesehen. Zeigst du mir, wie ich mich wasche? Bringst du mir das bei? Ich bringe euch das bei, wie ich wasche. Aber wäsch dir das auch. Ja. Nein, nein, nein. Tschö. Ah, ich mach mal mit. Ah, ha, 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 ha. Julia ist Wingman. Wingwoman hier bei Uwe. Tschö, aber ich werde euch zeigen... Das ist, glaube ich, besser, wenn das ein anderer macht. Ich zeig euch morgen mit Lappen, wie man sich wäscht. Ich mach das vor, ich mach gar keinen Bock eigentlich. Ich brauch das gar nicht. Doch, Mann. Hugo, wasch dich. Junge, wir sind in einem Boot zusammen. Habt ihr schon mal was gerochen? Nein, nein, nicht in einem Boot, sondern in einem Flugzeug sind wir zusammen. Jede Nacht auf uns draufschrocken. Das ist Schwanztau von mir. Das ist Schwanztau. Ja, Mann. Habt ihr hier was von mir was gerochen? Das ist ein kleiner Eichelkäse. Was laberst du? Und dann wunderst du dich, dass du Lungenentzüge bekommst. Ja, wegen der Scheiße hier. So ne Penis. Geil. Ich beleidigte, mein Penis ist so spitzig. Das warst du Füße. Nein, ey, ich glaube, du hast einen geilen Sch... Okay, das hat sich jetzt... Ciao, Dinge, das hat sich ganz komisch angehört. Hey, Hugo, du hast es geschafft. Selfie, Sandra denkt, er hat einen geilen Sch... Nein, man muss aber pushen, Alter. Ja, einen geilen Sch... Einen geilen Dreckigen. Einen dreckiger Geiler. Ja, sowas liebst du, ne? Flying. Dreckig und geil, ja, klar. Wie viel von diesem Treff dann tatsächlich... Wie es jetzt Flying nennt. Genauso wie sie und Luca sich immer Selfie und Laser nennen, so nennt sie ihn jetzt Flying, weil er Flying Uber heißt. Morgen die Mission. Ja, Leute. Schwanz, Schwanz. Sauber, Hygiene. Ja. Morgen unsere Mission. Ich bin überrascht, dass ihr das Video gemacht habt. Ich sag immer so... Ach stimmt, es gab ja diese Sache von Hugo, dass er mal im Podcast von Paplattern Riesmann, also Papa, äh, Edeltalk, dass er da gesagt hat, dass er seinen Schwanz nie gewaschen hat. Hat er ja mal gesagt, bis damals nicht. Also mit Leiderwäschchen wahrscheinlich, aber davor nicht gewaschen. Oh mein Gott. Stimmt. Ich hab gedacht, dass du auch so ein Macher bist und einfach nix machst. Ja, genau. Sein halbes Leben verbringt er draußen. Denkst du, der verscht seinen Püppel die ganze Zeit nicht? Was mit Achseln hast du aber nicht. Ja, natürlich. Was? Ja, Achseln habe ich auch aufgewaschen. Komplett, komplett Oberkörper dann. Aber ich zieh mich dann erst untenrum aus, setz mich dann bis zum Bauchnabel ins Wasser, schrubb mich ab, Füße und dann, damit es nicht zu kalt ist, zieh ich Hose an und mach dann Oberkörper. Ja, aber wie machst du Oberkörper, wenn du Hose an hast? Indem ich mich von überbeuchte, das funktioniert bei, bei... Jeden Tag? Jeden Tag, ja, natürlich jeden Tag. Das ist so kalt. Jeden Tag ist crazy, Alter. Aber danach ist dir so fucking warm. Ja, das war, und, und, und sauber. Ich war stolz auf mich, dass ich nach Tag 4 Mediziner... Aber hat sich da Joe nicht von der Gruppe entschuldigt, dass er weggeht? Muss ich mal berichten, wohin man geht und was man macht? Spaß, nachdem ich da unten im Bach hang, ich hab mich so supergut... Leute, ich habe, ich habe heute Oberkörper komplett gewaschen, mal unter die Brust und so, das ist so geil. Ich habe ja nicht so eine Brust. Ich habe da nicht so einen Schmand drunter, Alter. Ach schön. Ach schön, Leute. Guck mal, und so sind schon wieder 5 Minuten vergangen von 24 Stunden, Junge. 24 mal 14. Ähm, es sind 348. Das ist crazy, die Frage. Warte, ich habe die Idee. Matheaufgaben lösen, crazy. 24 mal 24, 240. Und dann noch die restlichen. Dann noch 4 mal 24. Hast du gerade 348 direkt einfach rausgeschallert? Ist das richtig? Weiß ich nicht, hab nicht nachgebracht. Aber 348 hat sich ja nicht ganz schlau an, was ich gesagt habe, ne? Ich dachte, du hast wirklich nachgerechnet. Bruder, also mein Gehirn? Nee. Ich hätte jetzt so richtig gebraucht. Ich sage, das wäre eine random Zeit gewesen gerade. Ganz ehrlich. Was ist 24 mal 14? Jetzt auch mal. 24 mal 14. 24 mal 14. Das heißt, 10 mal 24, 240. 4 mal 24 sind... Mehr als 48. Schreibt das Ergebnis jetzt in die Kommentare, Chat. Ey, Algorithmus pushen. Dankeschön. Die richtige Gruppe. Doch, Sandra, man, du bist viel schlauer, als du immer so da bist. Ja, ich glaube auch. Du bist viel schlauer. Was für was aus deinem Maul schon rauskam, ne? Ohne Spaß. Was denn, Julia? Ja, voll schlaue Sachen. Was denn? Guck mal, mein Gehirn ist einfach kleiner als das. Ich erinnere mich nicht. Schlau, smart und intelligent. Ja, ich finde auch, ich bin total toll. Achso, habst du... Ich habe mein Abitur mit... Hast du Abitur? Nein, ich habe aber die Klausur mitgeschrieben. Aber hast du das andere? Nicht geschafft. Also, ich habe Fachabi. Ich habe Fachabi. Hä, da hast du ja Abi. Ja, aber ich meine das richtige... Ich habe Abi, ja. Das richtige Hochschulreifen. Hast du Abi? Nee, ich war noch nie in der Schule. Was? Ein Masha'allah, ich habe auch nichts. Wir sind hier zwei. Wir sind connected. Ich habe keinen Abschluss. Aber darf man das? Ja. Du hast noch neun Jahre Schulprägt. Ja, ich bin halt irgendwann geswitcht auf zuhause online wegen gesundheitlichen Problemen. Hab das nie fertig gemacht. Und jetzt scheiße ich einfach drauf. Ja, ich muss dazu sagen, Hugo hat ja halt auch so ein Aneurysma gehabt, ne? Im Hirn. So, da hat er eine Hirnoperation noch gehabt und sowas. Darf man sich unterschätzen, ne? Dass der Junge da schon was durchgemacht hat. Also, er ist... Natürlich kann das für eine Ausrede sein, dass er nicht weitermacht. Ich meine, bei dem läuft der aktuell auch. Er muss es ja nicht unbedingt machen. Aber der hat auch ne krasse Vergangenheit, die man nicht vergessen darf, ja. Ja, jetzt guckt's auch drauf scheiß, ne? Ja, wir haben beide keinen Abschluss. Wie, beide? Ach so. Hier, Joey hat auch keinen Abschluss. Aber Joey, hattest du Homeschooling? Nee, er war noch nie in der Schule, weil der... Ja, aber Homeschooling? Also, offiziell hieß es immer, wir haben Homeschooling. Ah. Ja, offiziell, ja, ja. Ja, bei mir auch und ich habe nie was gemacht. Und unoffiziell, wir haben was gelernt. Ja, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist in Deutschland auch genauso. Also, Hugo kommt ja aus Luxemburg und Joey ja auch nicht aus Deutschland. Also, ich weiß nicht, wie die Regeln, wie es wäre, wenn man hier ist. Weil ich glaube, hier geht Homeschooling nicht so einfach, glaube ich, oder? Nicht sicher. Also, ich glaube, hier geht es nicht so einfach in Deutschland. Tiere! Wer filmt die? Ja, meine lieben Junges. Jetzt geht heuer, heuer. Morgen, Tag 6. Meine Nase ist rot. Da hinten sind auch irgendwelche. Sandra und ich sind wieder back in bed. Hey, das sieht aber richtig chillig aus. Selbst bisher nicht gezeigt, oder wie sieht es da drin aus, wie wenn sie schlafen? Hugo da hinten, in seinem Loch. Echt chillig. Scheiß, die Wand an, wie hat das geil, Alter. Ich werde euch alle so picken von hinten. Ja, bitte. Darauf freue ich mich ganz besonders. Das ist mein Lieblingspart der Nacht, wenn Sandra von hinten kommt. Ich glaube, Leute, ich glaube, ihr seid auf jeden Fall mit Abstand die asozialste, Seven vs. Wild Gruber. Ja, ich glaube, ihr seid auch. Ihr müsst helfen. Aber ganz ehrlich, das ist auch die asozialste gegeben hat jemals von Seven vs. Wild. Deswegen dürfen wir auch die asozialste sein. Ganz ehrlich. Stark, ich finde, du solltest Professorin werden. Dankeschön. Ey, morgen einfach Tag 6. Kannst du es glauben? Nee, ich kann es nicht glauben. Kannst du glauben, dass du noch hier bist, wenn Tag 6 anbricht? Ja, das ist Geistes. Das ist geil. Und weißt du was? Tag 6 ist fast Tag 7. Und Tag 7 ist die Hälfte. Und dann schaffen wir den Rest auch noch, wenn wir die erste Hälfte gepackt haben. Das ist hier das Mantra. Heißt das Mantra? Ja, ne? Ja, ich glaube ja. Okay, wunderbar. Ich sollte wirklich Professorin werden. Und damit wünsche ich euch allen eine wundervolle Gute. Alter, ich jeden Tag sehe ich demolierter aus. Wirklich, das kann ja nicht wahr sein. Wie geht es meiner Beule? Sieht man die auch doll? Schon, ne? Ja, schon, ja. Kann man nicht leugnen, dass ich mir gegen die Fresse geboxt habe. Naja, okay. Immerhin hat Flying Uwe mir die nicht verpasst. Und die aufgeplatzte Lippe bin auch ich schuld. So, meine süßen Mäuse. Kuss auf die Nuss. Sie können ja nicht im Kampf überleben, da gerade gegen ihn. Ganz gute Nacht. Nein, sie ist gar nicht angetreten, das wollte ich sagen. Sie ist gar nicht angetreten im Kampf gegen Uwe. Das wünsche ich mir und dir und euch. Und der ganzen Welt, die jetzt gerade zu Bett geht. Knutschi. Oh, was passiert in der Nacht jetzt noch? Sechs Stunden später. Dramatische Musik. Am meisten Ende der Folge ist jetzt meistens irgendwas Dramatisches. Was passiert? Übers Übergang zur nächsten Folge. Cliffhanger. Was kommt? Vier Uhr morgens. Ich muss auf Klo. Und der ganze Boden ist mal wieder komplett eingefroren. Das war, glaube ich, bis jetzt mit die schlechteste Nacht, die ich hatte. Oh. Oh, okay. Letzte Nacht war die es doch über Super. Jetzt plötzlich nicht mehr. Nacht irgendwie gefühlt noch mal doppelt so kalt geworden. So random. Ich dachte, es wird jetzt einfach nur noch wärmer. Aber anscheinend wurden wir getäuscht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal... Ja, es ist jetzt Tag sechs. Und I want to drück the code yellow. Was? Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Was? Okay, das war der Cliffhanger also. Sandra will auf den code yellow drücken. Wo sie vorhin noch gesagt hat, dass sie es sich schaffen würden. Dass ich ja voll auf die Nacht und sowas. Hm. Ob es wirklich macht, wenn wir dann sehen, ob sie direkt rausgeht. So früh schon. Natürlich schade, ne? Aber dann mehr Hundefutter für die anderen. Ich bin gespannt. Wenn ihr noch Videos zu Folge 8 wollt, Daumen hoch da. Bis dann.